ein herzerfrischendes moin moin hallo und herzlich willkommen beim parkcheck mit der lieben debbie und dem hannibal natürlich ja ich sollte ja eigentlich verschwinden hat der benutzername gemeint aber ich bin immer noch da ich bin nicht weg zu kriegen und wir sind heute im mix für deutsche kartoffeln würde ich sagen ja hier ist info da ist ein info und da ist der eingang Und dann gehen wir jetzt mal rein. Ist ja nicht wahr. Hast du mal wieder, ach, hast du vergessen wieder, ne? Unsere Eintrittskarten, ey. Müssen wir wieder hinten rum rein, ey. Einmal unter dem Rollladen durch. Unter dem Rollladen durch, ja. Lassen wir heute mal so stehen. Lassen wir heute mal so durchgehen. Ja, und das ist dann die Main Street. Und die Toilette besonders wichtig, ne? Ja. Toilette. Ja, darf nicht fehlen im Park. Beef, Rips, Aqua, Milkshake, Smoothie. Also da hat er alles selber hingeschrieben mit Filmmakers Toolkit. Schriftzeichen. Das hat eben zwei, wie lange runtergeladen? 20, 30 Minuten? Gefühlt zwei Stunden. Gefühlt zwei Stunden. Ja, dafür sehen die Sachen halt auch gut aus. Das muss man auch sagen. Und dafür können wir jetzt die Titel Musik vorwärts und rückwärts. Dü, 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 dü. Ja. 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 Nach dem Mexikanischen, ne? Erst mal Mexikanisch, dann hier auf Toilette und dann brauchst du die Feuerlöcher. Dann brauchst du die Feuerlöcher um dich wieder ab. Dann brauchst du erstmal kräftig Wasser. Dann, danach kann keiner mehr auf den Brot. Big Bluey. Big Bluey. Schön, schöner Eingang gemacht. Schön. Ja, wenn du nicht so wanken würdest, wäre das bestimmt schön. Hast du schon einen getrunken oder was? Wo hat, wo ist denn, äh, bitte, äh, hier? Nee, nee, nee. Die Bar? Hier werden, hier werden keine Kontrollen gemacht, ja? Keine Kontrollettis? Nee, keine Kontrollettis jetzt. Na gut, okay. Weil du es bist. So, dann fangen wir mal mit Big Bluey. Big Bluey. Guck mal, der Matrose hat mal wieder Dienst. So, Big Bluey. Ja, komm, jetzt. Jetzt in meiner Station. Hat er nicht ein nettes Frisörchen. Ja, und, äh, ja, die Elektronik ist alles da, ne? Stell dir vor, der darf nicht zum Friseur. Zwölf Wochen lang nicht. Aha. Vor jeder, vor jeder Saison. Uiuiuiui. Da geht richtig nicht, ne? Zum Himmel hinaus. Ja. Also, Weglampen gibt es dann auch, ne? Ja. Und das Spiel speichert mal wieder. Das ist ja nichts Neues. Das ist eigentlich extra ja weh. Ja, schön am Lift. Schön im Lift speichern. So. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Und los geht die Runde. Abwärts. Aufwärts. Hier reißt es jeden aus den Sitzen. da ein bisschen begeisterung bitte ich reiste jeden aus den sitzen ja und weg ist er der sitz die blaue achterbahn hier viel besser als so eine komische blaue achterbahn bei so komisch im park da kennst du auch ich weiß nicht da wurden die bauarbeiten eingestellt bei deinem park oder was neben markus sein park der kann ja nicht bauen wollte ich ihm immer schon mal gesagt haben das jahr aus raster jetzt wird hier abgerechnet ich sag nur idioten eile soviel zum thema schön lange fort hier schön schön ist und der park läuft ganz gut muss man sagen ganz gut ganz gut ja auch ganz gut ja also die achterbahn hat sehr sehr gut gefallen sehr realistisch hat spaß gemacht also wenn die restlichen achterbahn genauso gut sind gibt es schon mal bei der note definitiv for your safety remain seated with hands arms feed and legs inside the vehicle supervise children da ist der ausgang ausgang gutgang der ütgang so da geht es ins deiner hier kannst du dann noch mal die ablöchern bei der rasanten fahrt bist du in flammen aufgegangen bist du jetzt dabei zu rennen oder was ich renne hier nicht wenn verboten hier loggers lieb ja ich spreche heute extra guter bunt extra unterbund extra 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 drei guck mal ist doch meine farbe deswegen deswegen bist du da so flott durch meine farbe ist hier jetzt kommt ihr durch jetzt kommt ihr durch guck mal wir fahren das ding so ja wir fahren es so gemütlich schlafe hannibal schlaf ein wird dein schaden nicht sein jetzt gehe ich hier gleich die kopengel eingedrückt ja die berg haben wir klumpen 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 oder haben wir noch nicht ganz klumpen außer wir verklumpen hier nicht witzig ja dann so viel wasser und man nicht ich hoffe du hast das handtuch mit gut meiner tropft sogar in die wanne rein hier schlechte konstruktion muss man muss mal ausgetauscht werden das boot müssen reparatur so ja grüße gehen auch mal raus an benutzername blieb den alle rasten aus dem mickey dem bruder diesel den ilia haben wir jetzt irgendeinen vergessen irgendwann wichtigen alle angaben ohne gewehr jetzt packt man das gewehr bitte wieder weg ja danke wo hoch fühlst du der kampflach bitteschön die du bist für die guten Witze zuständig ich bin für die schlechten Witze zuständig also und die gesellschaft ist so nichts zu sagen der benutzer damit so aufhören das ist ganz schön ja es sieht schön aus aber sonst fällt mir ein bisschen theming ja also viel natur fliegende lampen ja so ein bisschen könnte man hier noch machen bisschen von der streckenführung schön ist halt nicht viel wie der berg ist schön gemacht wo du rauskommst und ansonsten ein bisschen sparsam noch naja viele frauen haben mit ja auch nicht so mit den schnellen hübschen flotten achterbahnen brauchen dann mal so was seichtes dahinfließendes dahinfließendes so jetzt einmal den kopf einziehen mit dem Feng Shui so Achtung Neufriese No Und naja gilt Ach guck mal guck mal da oben wie schön Oh, schön. Hat er schön gemacht. Hat er. Hat er. So. Hat er mal hat er, ne? Hat er nichts. Ich sag jetzt nichts. Durchheiß das. Soch nichts. Soch nichts, Horvold. Grüße gehen raus an sämtliche Friseure, die im Moment zu Hause sitzen und denken, Mann, wann kann ich endlich wieder die Schere schwingen? Oder wann darf ich endlich mal wieder um über meine Kunden fluchen, die es in den paar Wochen ohne uns versucht haben zu schneiden, zu färben. Ja. Bleibt stark. Tut es nicht. Wartet auf euren Frisur. Tja, gut, dass hier keine Webcam an ist, ne? Bei meiner Frise. Tja. Der wird der Fris in der Pfanne verrückt. So, Blast auf. Der nächste Coaster. So, jetzt wird es mal wieder ein bisschen schneller hier, ja? Jetzt geben wir mal Gas hier. Gas. Ja. Lassen wir mal jucken hier. So. Jetzt kannst du noch mal kurz Luft holen. Und ab geht's. Wollen wir mal. Uiuiuiui. Ganz schön hoch da oben. Kriegst kaum Luft noch da oben. Aber macht Spaß. Ja. Das nenne ich mal einen großen Looping. Oder ist die Pferd butterweich, ne? Butterweich. Ich will nicht sagen smooth, aber butterweich. Butterweich smooth. Vergiss den Stahl nicht, der verbaut worden ist, ne? Yippie, aye. Stahl. Ja, Stahlachterbahn. Schön. Immer wieder auf mein Material einhauen. Ich nutze auch Holz zwischendurch. Holz auch? Krass. Steine auch. Hm. Ja, alle rasten aus, ne? Wasser und so. Ist ja deine Passion. Ja, der macht einfach um alles eine Esel drum und dann ist gut, ne? Jo. Looks nice. Naja, kann ja nicht jeder überall die Piraten hinsetzen, ne? Dazu braucht man ja einen gewissen Stil. Meine Herrschaften. Ah, ist. So. So, da weiter geht's. Also hier kann man auch seine Sachen abstellen, ne? Ins Galax-Regal von Ikea. Hier sieht auch wirklich aus wie Ikea-Regal hier. Werbung. 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 So. Jetzt gehen wir mal aus dem Ause und durch den Eilersgang rein. Durch den Eilersgang. Durch den Ütgang. Durch den Ütgang. Und dann gleich durch den Eingang wieder raus. Schau mal was, ne? Mal genau umgekehrt machen. So, jetzt schauen wir mal, was die Wasserachterbahn hier kann. Ja, gemütlich. Was sie kann? Sie kann fahren auf Wasser. Krass. Boah, nee. Doch. Nee. Und wir haben trockene Füße. Boah. Ja, doch. Wahnsinn. Glaubst du kaum, ne? Und jetzt geht's in die Höhle. Mhm. Unter der Achterbahn entlang. Schön licht ja. Hier fehlt noch irgendwas. Ja. So ein Tierchen oder so, was hier auftauchen würde. Ja, so irgendwas halt. So irgendwas, genau. Und aufsatz. Ja, sagen wir so, sie ist da, ne? Ja, ist ne Höhle. Ist da. Höhle, check. Filming. Bis jetzt. Hm. Nix. Nix Besonderes, sagen wir so. Bisschen Licht, ja. Da wollen wir mal die Bahn abwarten. Vielleicht baut der ja noch an den Park. Ich denke. Ist ja gerade mal am 12.04. jetzt erschienen, also... Vielleicht kommt ja noch was. Und los geht's. Wie schön ist der. Schön ist der. Und? Und Wasser. Marsch. Durch den Riegelbogentunnel. Genau. Genau dein Ding. Ja. Erinnert mich sehr an Italien. Tatsächlich der Riegelbogentunnel. Ja. Und hier am Veniz. Am MRWE. Was Karussell? Schwingkarussell oder so. Kettenkarussell. Schwingeling. Schwingeling Karussell. Schwingeling. Ein Schwingeling Karussell ist das jetzt. Ein Schwingeling Karussell. Ja. Schwingeling. Alles klar. Ja. Da wird dir halt schwingelig. Irgendwann. Wenn du mit dem Karussell fährst. Aber sehr schön eingebunden hier. Sehr schön. Auch die Bootsfahrt jetzt. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Holleri. Hollero. Ach ne. Das war ein anderes Lied. Das war irgendwas anderes. Ja. Da hast du irgendwas verwechselt. Ach guck mal. Es blüht und grünt. Es blüht und grünt. Genau. Alles klar. Ja. Bei dir blüht es auch? Ja. Bei dir nicht? Kommt drauf an, ne? Was mir halt blüht, ne? Was dir halt blüht. Ja, ja. Die Blümchen auf dem Balkon. Erstmal nicht mehr. Das war ich jetzt nicht schuld, ne? Wer wollte denn da noch die Blumen gießen, ne? Ich schau es keinen an. Ich hab's gar gegossen. Bist du sicher? Ja, du hast halt den Gärtner mal wieder nicht bezahlt. Ich war jetzt schon wieder okay. Ja, sicher. Ja, ja, Schokolade ist gut. Du hast den Gärtner nicht bezahlt. Schaut euch das mal an. Wunderschön eingebunden und schön. Gärtner, machen wir doch mal ein Bildchen von, ne? So. Schönes Bildchen. Hm. Schön ist jetzt anders. Von dem Schwingel-Ding. Dann wird es dir wieder einer durchs Bild. Kannst du machen, was du willst, ne? Okay. Ghostbusters. Aber ich glaube, wir gehen jetzt noch nicht in die Ghostbusters. Oder wir split. Hier wird gesplittet. Aber auch sehr schön. Ja. Ja. Gestaltet. Funktional, aber auch schön. Irm-Card hat auch wieder Dienst. Jo, der Kompressor läuft und abfahrt. Blaues Licht, was kann es? Es leuchtet blau. Oh. Was für ein Witz heute. Hast du noch so eine Plage? Äh, nö. Witz-Akku. Ja. Ja, ich muss überlegen. Die Corona-Witze, die gehen mir langsam aus. Ja. Steuer- und Regelsysteme sind ausgefallen, ja. Da verschlucke ich mich doch glatt. Wunderschön, wenn das einen auf der Autobahn passiert mit dem Auto. Ja, da war es nur kurzzeitig so blass wie der Dummy. Ja, wie mein Kollege hier. Und jetzt gehen wir mal richtig Gas hier. Komm. Und raus aus dem Sitz. Tschüss. Tschüss. Tschüss, lieben noch. Und weiter geht. Die wilde Fahrt hier. Ja, klappert ganz gut. Hört sich gut an. Da klappert gute Klappauter, Mann, ne? Hättest du auch ein Piraten-Filming machen können. Das ist jetzt keine Einspielung. So, wo geht's jetzt hin? Nochmal nach oben. Oh, wow, wow. Ein zweites Mal nach oben, ne? Der wird schon ganz bleich. Macht sich schon vor Angst, die in die Hose, wenn die nicht vorhanden sind. Ja, nicht vorhanden. Und das wird lustig. Einmal über den Kopf. Ei, 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 ei. So. Essen ist jetzt definitiv verdaut. Ei, 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 ei. Verdammt cooler Coaster. Werd ich sofort in Real auffahren wollen? Äh, ich nicht. Du nicht? Ich sofort. Ja. Drei Stunden lang. Am Stück. Ja, die Warteschlange ist zu lang. Stimmt. Und bitte denk an den Mindestabstand. Ja, ich nehme den ganzen Zug für mich alleine. Dann reicht das Gott. So. Zurück in der Station. Hat Spaß gemacht. Definitiv. An alles wurde gedacht. Realismus passt. Super. So. Wo geht's als nächstes hin? Zu den Ghostbusters? Hm. Zu den Geisterjägern? Hm. Findet ihr den Weg, du empfindest? Der Weg ist ein bisschen verwech... Verbaumwuchselt. So coole neue Schöpfungen hier heute. Verbaumwuchselt. Ja. Ah, ist ja interessant. Also Split hatten wir jetzt. Was kommt jetzt? Haunted Mansion. Featuring Ghostbusters. Okay. Dann müssen wir mal auf Dunkel machen, ne? Behaunted Mansion. Mansion. Direkt ist es dunkel geworden im Park. Die Halloween Edition. Die Halloween. Da ist sie wieder, die deutsche Kartoffel. Ja. Dankeschön. Halloween. Oh je, oh je. So. Und drin sind wir. In der guten Stube. Boah, jetzt habe ich Pop Achterbahn zu fahren. Schön. So. Und los geht's. Mach die Tür auf. Oder nicht? Ghostbusters. Who are you gonna call? Ghostbusters. Die fliegende Bücher. Ja, passt. Oh, passt. Okay. Slimer ist wieder am futtern. Nam 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 nam. Der Tisch muss leer werden, ne? Die Geister da in der Ecke haben Spaß. Hier haben wir einfach mal einen Tichter in die Ecke geworfen. Muss ja auch weg. Stört ja nur. Genau. Flutzu braucht man eigentlich. Ja. Bücherchen. Guten Tag. Okay. Hier hat's gepackt. So. Fußabdrücke auf der Wand. Okay. Fliegende Bücher. Fliegende. Blahmau. 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 Okay. Ich jetzt. Ah, schon auch schon cool. Sehr cool. Also mit der VR-Brille geht das. VR-Brille passt das doch. Ne? Oder AR-Brille. Sehr cool gemacht. Fährt mir auch hermgefallen. Sehr, sehr gut hier. Sehr schön. Schöner Dark Ride. Ja, ich habe Dark Ride gesagt. Nicht Themenfahrt. Na, jetzt hast du es ja doch wieder gesagt. Mist. Ja, der Teufel steckt im Detail. Mein Schatz. Im Detail? Ja. Hilfst du mir dann mal meiner Themenfahrt? Demnächst mal. Wenn du Zeit hast und Lust hast. Demnächst. Demnächst in diesem Theater. Guten Tag. So. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Da sitzt die Familie Kürbis. Scheint wohl nicht so ein schönes Osterfest gewesen zu sein. Hm. Oh. Ziemlich elektrisierend hier. Ja, ja, ja. Ein bisschen Strom. ja mit strom kennst du dich doch aus strömlingen so richtig gut auf den 3 auf oder die speicher motors schöne diese speicher der modus space space hat fertig gespeichert applaus applaus die sendung ohne maus hauntet menschen haben wir hinter uns hauntet manchen ich habe wieder mal den ausgang gesucht manchmal suche ich ja den eingang heute nur den ausgang hauntet menschen also sehr schön gemacht shooters das haben wir ja am samstag eingeweiht auch unseren freefall tower big wheel riesenrad braucht auch jeder park geldautomaten auch immer gut gebrauchen so wer man denn geld hat ja wenn man welches hat little red und dann fahren wir mal mit little red das ist dann der kiddie coaster sieht aus wie ein kiddie coaster krasser straß sieht jetzt schon besser aus der kiddie coaster von markus habe ich das jetzt laut gesagt das gibt er ich weiß kann sich schon mal warm anziehen ja ich ziehe mir schon mal die warmen klamotten an ist also kühl geworden am anfang der woche so jetzt sind wir oben angekommen ein bisschen eng ein bisschen zu eng die höhle die höhle ja ja also so für die ganz klein ist der große jetzt nicht mehr da höre ich schon die ersten kotzen ja aber wunderschön eigentlich in der punzeltürmchen hab und zurück und sich das mit einer herunter liebes bisschen war spaßig hat spaß gemacht sehr gut gefällt mir sehr sehr gut sehr gut so haben wir noch was haben wir noch was ja wir haben bestimmt noch was wir sind noch nicht durch so ring so ring oder wie so ring ring ja genau das hast du jetzt gesagt ein wing coaster ein wing ja ein wing coaster schatzis diebsieb coaster raptor und ab geht's auf nach oben ja das stimmt die raptor bin ich gerne gefahren und war da nicht nur so lange angestanden ja ewig und drei tage fassen des wortes dagegen war dagegen war der dropkick relativ zügig der freifall groß und ab geht's von der thematisierung ja ganz wunderbar im kurs So und zurück in der Station War gut Well done Well done So Und hier ist wieder das Kalax Regal Das 3x2 Hier das 4x3 Gibt es ja alles bei Ikea Schon wieder Werbung Schleichwerbung Guck mal Ist sogar blau Schön gemacht Und hier ist die nächste Achterbahn Von einer Achterbahn in die nächste Kommst du hier Rush Ja So Sind wir mal gespannt Wie Rush ist Also Bewertungen sehen ja schon mal sehr gut aus Und los geht's Auf geht's Flottiger Wotty Ab nach oben Na Schon bleich Du bleichgesicht Kannst den ganzen Tag in der Sonne liegen Ne Passiert nix Und los geht die wilde Fahrt Einmal im Kreisverkehr Und nochmal im Kreisverkehr Ja Und dann geht's ab Jetzt Schöne Schöne Da oben Schöne Airtime Wunderschön Und wo wieder so Schön Butter Weich Schöner Stollen Machen wir das erstmal in der Höhle gefiehlt Ja Also so weitermachen Und vor allen Dingen alles so wie lange Acht da waren Ja, macht ein bisschen Spaß Da hast du was für dein Geld Dann kriegst du auch was für die Wartezeit Geboten Und zurück in der Station Erstmal unsere Sachen aus dem Kallax-Regal wieder rausholen Wie oft willst du das jetzt eigentlich noch sagen? Keine Ahnung Solange wir noch im Park sind Hm 5 Euro in die Kallax-Regal Spardose für jedes Mal Wie du es erwähnst Ja, dann habe ich es ja bald zusammen, ne? Ja Die Türen warten Der Gyro Gyro Sich zu verwechseln mit Gyros Gyros Das bringt mich nicht auf die Ideen her Jetzt könnte ich eine Pizza vertragen Super Jetzt hat die Pizzeria zu Ja, Gott sei Dank Twisted Was ist der Twisted? Oh, ein Eine Black Mamba Ja Kein Blue Tonaro, bitte Hieße Black Mamba Type Und los geht der? Los geht der So viele Achterbahnen haben wir hier Auf Nach oben Und das alles immer schön Schnell Nicht Aber nicht zu schnell Nee Nicht zu schnell Twisted ist die reinste Techno Party wahrscheinlich, oder? Oder? Ja Oder die Heavy Party Ist leider gerade ein bisschen leise Deswegen, wenn man es nicht so Können auch Heavy sein Auf jeden Fall gibt die Kiste ordentlich Gas hier Ja, aber auch ohne zu ruckeln, ohne zu zuckeln Jo Wunderbar Ohne zu klappern Ah Definitiv Eine tolle Achterbahn Schön gemacht Ja Sehr schön Also So, jetzt bin ich ja fertig Ja Also Realismus wird drauf geachtet Hier auch Netz wieder drunter Ja Es gibt noch ein Karussell Großes Karussell Schön 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 Großes Karussell Ja Auch schön eingebunden Detailreich Ja Schöne viele Blömschoss Jo Wunderschön sieht das hier aus Muss man ja sagen, ne? So Jetzt sind wir durch Jetzt sind wir durch So Schauen wir mal Machen wir mal den Nachtmodus an, ne? Und schauen uns den ganzen Park mal von oben bei Nacht an Also Beleuchtung Definitiv Wunderschön Ja, hier ist auch deine Farbe Ja, voll Also Twisted ist dein Coaster, ne? Ja Schöne Dinge Schöne Dinge Wunderbar Sieht einfach toll aus Also Ja, aber alles ausgeläuchtet Alles richtig ausgeläuchtet Was geben wir in den Park? Stimmungsvoll Ah Neun Neun? Ja Insgesamt neun von zehn Pinguinen Ne? Ein Pinguin mehr Gibt es, wenn du noch die Achterhäuser Wenn du da noch Bei der Wasserbahn noch ein bisschen Filmen machen würdest So die letzten Stückchen noch Ja, und ein bisschen Höhlen ausleuchten und so Wäre auch schön Ja, und bei der Wasserachterbahn auch Die Höhle ein bisschen Filmen Aber hier Guck mal Licht folgt der Bahn Wunderbar gemacht Cool Sehr cool Also Neun von zehn Und es ist leicht möglich, die Zehn zu bekommen Komm, sag mal neuneinhalb Neun 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 Okay Ich hätte sogar fast nur achteinhalb gesagt Fast nur achteinhalb, warum? Warum? Hm Gibt auch kleinere Verbesserungen So viel Perfektes Und dann ist so ein bisschen Schloder fällt dann einfach ins Gericht Na gut Also ich würde das ein bisschen zu sagen Neun Neun von zehn Für diesen Park Und wir kommen auf jeden Fall wieder Wenn ein Update kommen sollte Dann kommen wir wieder Und schauen uns den Park nochmal an Ja Also Please update the park There's more filming Thank you for traveling Ich muss deutsche Kartoffeln Ja Ja Witzig Vielen Dank auch So Bis dann Tschüss Tschüss Tschüss